Ok, jetzt muss ich einen Plan machen. Es sind einfach sechs Leute. Du sagst, wenn du bleibt frei hast, ne? Ja. Oh, ein Dragan, der traut sich aber ganz schön viel hier. Das war eigentlich mein Sneezes. Zepter? Zepter klingt gut, ne, Nick? Hä? Zepter klingt gut, ne? Ja, doch. Auf jeden Fall ja grad bei dir. Ich hab frei gebläht, ne? Ja, ja, warte. Dann würde ich noch ein bisschen näher kommen. Oh, warte, ich pull die mal schnell, bevor deine Clarity gut geht. Klack. Sowieso am geilsten, dass ich meine Clarity komplett ausnutzen könnte. Na, eins ist abgebrochen, egal. Ah, deswegen hab ich die ehemängste gepult. Oh mein Gott. Hier steht einfach ein Tempest rum. Was soll einer? Der, äh, der Dings. Boxer. Ja, pack weg. Ja, ich brauch Reifen. Oh mein Gott, und daneben liegt ne Leiche. Fick dich, Welt. Fick dich. Ich brauch Reifen. Scheiße. Da hat er gegen den schieben. Hä? Mach ich auch. Aber ich glaub nicht, dass ich das schaffe. Bis dahin hat sich irgendwer anders den geholt. Boah, find den Besitzer raus und erpresst den. Ne, ich geh den schieben. Ist mir viel sicherer. Nicht, dass der mich an meine Fahrt, obwohl der macht sich. Nick, 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 Nick. Ja, los. Ah, schön. Warte, ich muss raus. So, Dietrich hab ich. Oh mein Gott. Ey, der hat so wenig HP, ne? Der ist gerade schon klar wie du versagt hast, ne? Du musst. Schade. Na, ist das scheiße, das stimmt schon. Wenn es einen scheiß Gott gibt, dann gibt er mir diesen Hammett. Und da ist auch noch ein Boxer drauf. Ah, der ist mir scheißegal. Was denn Hammett? Den teuersten. Oh. Ja, ja. Die Leiche liegt von dem Typen, liegt daneben. Ja, aber scheiße, irgendwie irgendwo gegengefahren. Ja, ja. So, ich muss jetzt ganz schnell zu Hornbach. Und dann hat der Typ echt ein verkacktes Problem in seinem hässlichen Leben. Hast du Blade? Ja. Ah, warte. Jetzt muss das so. Oh ja, oh ja. Oh nein! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ah, kann ich nichts machen. Glück gehabt, das ist mein Nismo. Danke. Oh ja, oh ja! Oh, warte, warte. Die hol ich auch noch. Geh weg, geh weg. Ja, Mann. Oh, wie ich den auch noch hol. Alter, komm schon. Dein 1 pass... Oh mein Gott. Oh, ein Doppelkeits-Supporter. Ja, was geht da? Oh, ich hab's mir über Helikopter. Ich schwör dir, irgendwer holt den sicherheitsreich. Ja, nein, du schaffst es, man. Nick, ich geh mal Mitte ganken. Gegen Luna. Okay. Hallo. Das ist für eine Illusion. Haha. Am Ende denken die alle, der gehört mir und rauf mich aus. Warum schreibt er eigentlich immer SS? Jetzt kommt halt darauf an, was er meint mit SS, ne? Ah, Mist. Ohja, 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 ich will, ich will. Ich bin so ein Penner, ne? Ich hab meine Ult jetzt. Nice. Ich glaub acht Reifen dürften reichen. Ach ja, lange. Oh mein Gott. Was für ein Problem hast, wenn der Motor kaputt ist? Naja, ich hab mir auch einen Motor gekauft. Und einen Werkzeugkasten auch? Ja, hab ich auch. Junge, wenn der jetzt noch da ist, ich feier mein Leben. Vor allem, da brauchst du auch nicht teilen, du kannst das ganze Geld behalten, weißt du? Ja, ich glaub der ist weg. Der ist noch da. Fickel die, fickle die. Ah, die Leiche ist weg. Der Tipp kommt locker auch gleich wieder. Bis dahin bin ich. Ah, ich hab nichts frei, ich hab nichts frei. Ich hab Ulti, ne? Ich brauch nen Creep. Ah, ne, du bist tot. Ich brauch nen Creep, ich hab nichts, aber... Guck mal, Gung mal! Oh. Oh mein, oh mein, er ist zu schnell. Ah, scheiße, Luna. Na, ich sag dir, ich hab Ulti, aber egal, stell es auf. Ne, ich hab... Das war zu spät. Ich war schon weg. Oh ja, jetzt ist die tot. Jetzt ist die tot. Ah, ne, dax. Nochmal kurz als Frage, fährt das Ding mit 50% Motor noch? Ja. Na klar, nur mit Null nicht. Naja. Das fährt halt deutlich langsamer, aber... Ja, ne, ich hab das jetzt auch repariert. HÄH! LÄI! Was denn? Ne, ich hab das sogar noch Volt und immer. Ne, 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 ne. Äh, es hört sich nicht gut an. Was für ein Kleiner. Hat er dich erschossen? Nein. Jetzt, jetzt raste ich richtig aus. Jetzt raste ich richtig aus. Bist du weggekommen, oder schießt ihn jetzt ab? Ne, ich fahr dem jetzt hinterher, der kann auch nicht weit kommen. Achso, du... Warte mal. Achso, jemand hat den geklaut. Der Besitzer ist mit nem Quad gekommen, aber von der anderen Seite hat sein Quad ganz weit abgestellt. Ich war auf der anderen Seite und hab mich versteckt. Der fährt mit 10 kmh weg, ja, der wünsche ich viel Spaß, ne. Sein Kackleben. Dann schieß ich ihn und dann hat er echt die Arschgase. Er klaut dir... Er klaut sein geklautes Fahrzeug zurück. Das sind nicht gut. Ah, und jetzt führte er in andere Richtung fahren. Ich kann dich nachladen, lad nach. Komm, das schaffst du jetzt auch noch. Ey, wie kann das sein, dass... Na, ich werde eh sterben. Ähm... Ja, Han! Was? Der macht die ganze Ulti auf mich rauf. Ja, das ist, gell? Ja! Das ist so unfair, dass der es so oft hat. Na, ich musste gerade oben mal schnell, äh... Ich weiß gar nicht mehr wie. Ich hab... Ey, wenn er... Ganz... Nochmal wieder ne Frage. Wenn er jetzt in ne Safe Zone flüchtet, würde ich dann... Dann... Ich hab das ganze eh auf Aufnahme. Ja, ganz ehrlich. Es wär... Es ist schon... Würde ich dann das Geld dafür bekommen, was ich sonst bekommen hätte. Ja, natürlich. Ja? Mhm. Ja, gut. Komm zu dir, ich hab... Ey, das ist jetzt ja... Ist ja eh schon der Fall. Also das Geld bekommst du im Video auf 100% zurück. Wie lange brauchst du dein Bleib noch? Äh, hab's rein. Also der Omni ist sehr schallfrei. Achso. Jo. Ich hab meinen Ulti auch. Lass den Tower holen. Oh ja, es ist perfekt, es ist perfekt. Oh, ich bin so ein Boss, ne? Ich Supporter 612. Das hat ordentlich reingehauen. Dann jetzt kriegt der Typ richtig auf den Arsch. Äh, du kriegst sie eh zurück. Aber lustiger wär's, äh... Sag mal, wissen sie eigentlich, dass das hier gerade Safe Zone Flucht ist? Ja, Bounty hat er beschwert sich, ne? Weißt du was? Ich töte sie gleich daneben. Guck mal, Bounty, ne? Ja, sie wollten meinen Hemd klauen. Ja, das darf ich ja auch. Äh, sag, ähm, sag einfach, dass du einen höheren Mechten gegeben wirst und dann kriegst du dein Geld zurück und er kriegt einen Ergang. Ich geh jetzt zum Support und dann werden sie gebannt. Nein, dann darf man die mehr drohen. Jetzt hast du verschissen. Der eine Supporter bannt nämlich dafür, dass man ein Ban droht. Wie unnötig. Ja, weil's halt Rollplay ist und es zerstört halt. Ja, weil's halt Rollplay ist und es zerstört halt. Ja, dann musst du halt sagen... Ja, ich darf ja, äh, von so etwas weiß ich ja nichts. Und, äh, dann darf ich ja trotzdem... Fahrzeug, äh, klauen. Sag, entweder gibt er dir jetzt das Fahrzeug zurück oder ähm, du gehst damit zu den höheren Mächten. So, also, entweder sie geben mir jetzt das Fahrzeug oder eben das Geld, oder ich geh damit gleich zu Gott. Ich glaub, Gott findet das gar nicht so lustig. Ich soll mir das Geld geben. Das, was ich bekommen hätte. Können sie sich ja aussuchen. Sack, 400.000. So, also... Machen sie nicht. Na gut, dann muss ich gleich zu Gott gehen. Äh, guck mir Z nach, weil ihr heißt. Muss ich gleich zu Gott gehen. Ja, man muss halt Roleplay verpacken. Okay. Namen hab ich jetzt aus Sicherheitsgrund sozusagen geholt. Ich weiß nicht, was der Typ jetzt macht. Äh, komm ich vom Fluss aus. Oh, Bounty ist so ein Spaß, ne? Gehen sie jetzt drauf ein oder nicht? Nee. Nee, gut. Ich hab ein Händ drücke und jetzt fluckt. Ja, dann wird sich Gott bestimmt freuen. Okay. Nick, ich geh gerade richtig ab. Ich seh's. Ich darf dir geht's mit drauf. Das war so, die ich in China nicht zu spielen. Ach, Schwierbeke. Oh, ne Spaß. Ich bin jetzt auch in keinem Roleplay mehr drin. Dementsprechend kann ich jetzt auch leften, ne? Nee. Na, kannst du, kannst du. Weil... Ich würde jetzt gerne wissen, wie viel Ironie dahinter steckt. Ja. Ja. Ja.